und so weiter und so fort und ja wir werden heute mal wieder so eine ewige frage beantworten nämlich wir an woran merkst du dass du einer toxischen beziehung bist wird heute mal auf ein das eine wichtige zeichen eingehen und auch mal hoffe ich endlich die frage beantworten können wir da nicht was dran machen als paar genau ganz kurz noch gibt ein bootcamp in münchen und auch noch so eine art liebeschiff webinar findest du auf meiner seite und wird im november wieder die möglichkeit geben so live mit mir zu meditieren ansonsten findest du meine liebeschiff kurse zum thema bindungsangst verlustangst all den kramen umprogrammung des liebeschiffs findest du auf liebeschiff.de ja ich wollte dazu mal eine frage vorlesen lieber christian ich bin erstaunt dass du meistens dazu rätst beziehungen wie in diesem video beschrieben das war jetzt also ein youtube kommentar loszulassen oder rauszugehen klar man soll nicht den retter spielen aber macht es keinen sinn an dem problem zu arbeiten hilft da nur eine trennung sprich muss jeder für sich alleine den weg der heilung gehen oder kann man es auch zusammen hinkriegen danke für deine antwort annav tefkola ja also erstmal ich glaube die vielverwirrung kommt daher was ist überhaupt toxische beziehung und klar sind ja dieser was wir so gelernt haben sagt immer muss man was machen können geht man zur paartherapie und aber tatsächlich wird paartherapie also ich rate komplett von ab bei toxischen beziehungen und bin dann nicht alleine mit hat sich vielleicht in deutschland noch nicht so ganz so oben gesprochen aber erst mal überlegen was ist überhaupt eine toxische beziehung und der begriff ist natürlich jetzt schon so erweitert worden verwässert worden dass es da so unklarheiten gibt und für mich ist dieses eine zeichen dass einer toxisch einer für dich das muss der andere ja nicht so sehen für dich toxische beziehungen bist dass liebesucht entsteht krasse liebesucht entsteht und das für typischerweise dazu obsessiven nachdenken kann sich richtig schlafen nachdenken ohne ende kann sich mal richtig essen kann sich richtig arbeiten dreht sich nur noch um die beziehung bis in so einem modus von hoffnung hoffnung zerstört hoffnung hoffnung zerstört gute zeiten schlechte zeiten was dann typischerweise häufig so krümel beziehungen übergeht und das ist für mich dieses typische zeichen einer toxischen beziehung und natürlich warum entsteht liebesucht da kommen wir natürlich dann zu den anderen sachen typischerweise ja gibt es da bestimmte anfälligkeiten die man hat aus der kindheit oder genetisch mein wegen auch und ja es gibt auch typischerweise einen egozentrischen partner der vielleicht manipulative sachen macht aber es kann auch liebesucht entstehen zu jemand den du gar nicht kennst der einfach nur so ein bisschen heiß kalt spielt aus der fern und das selber geist richtig mitkriegt und jetzt vielleicht noch nie richtig getroffen und trotzdem entwickelt man so eine liebesucht zu diesem menschen also gut wenn das dann so ist und oft schon krassere kindheitsthemen drin aber grundsätzlich haben wir diese möglichkeit alle weil das habe ich auch noch mal gemerkt bei meiner recherche zu meinem vierten buch die evolution hat uns so ein bindungs ding eingebrannt irgendwie und auch nicht nur so mutter kind bindungs ding sondern eben auch so ein partner bindungs ding weil würde es zu weit führen aber weil wir halt nicht alleine so ein kind groß ziehen können oder menschlichen sorgling und ja gibt es halt so was wie verliebtheit und ich weiß nicht was und also dieses dieses bauteil was sich was liebesucht auslöst das haben wir grundsätzlich alle und es gibt natürlich menschen die sind da vielleicht noch mehr gefährdet als andere weil toxische beziehungen geht es vor allen dingen um dopamin und wenn ich jetzt vielleicht aufgrund meiner historie oder wie ich halt so unterwegs bin im leben ja vielleicht dopaminmangel habe wie zum beispiel bei ads oder so ja müsste man vielleicht noch noch mehr am strugglen wenn man noch mehr schul anzieht und aber letzten endes bringt es gar nicht so groß auf den anderen zu gucken das habe ich immer wieder sondern das ist dieses eine zeichen es gibt es natürlich beziehungen die laufen super schräg aber man ist nicht unbedingt liebessüchtig und da kann man ob das jetzt eine schlaue idee ist was zu versuchen wenn es wirklich gar nicht gut läuft weiß ich nicht aber theoretisch wäre es da möglich man sagt immer so ja in stark co-abhängigen beziehungen also nur dass die ungleichgewichtig sind da kann man schon versuchen was dran zu machen aber in dem moment wo liebesucht dazukommt und jede liebesüchte beziehung ist co-abhängig aber nicht jede co-abhängige beziehung ist liebessüchtig und das macht so den unterschied aus aber selbst wenn du der meinung bist du wärst nicht wichtig muss man sich schon fragen wo man will man unbedingt diese beziehung wo man ja offensichtlich nicht gut zusammen passt die stark ungleichgewichtig ist die zu immer wieder vielen problemen und schmerzen führt warum will man die unbedingt fortsetzen selbst wenn sie jetzt nicht liebessüchtig ist warum macht man nicht einen freshen start also klar natürlich gibt es manchmal argumente mit man ist ewig zusammen kinder ich weiß nicht was aber häufig sind diese richtig toxischen beziehungen sind ja von anfang an toxisch das ist ja nicht sache die erst nach 20 30 jahren kommt oder mats weiß ich nicht es hat es nicht wahrgenommen aber das kann kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen also das macht denke ich für zu dieser toxic da hat manchmal der andere mehr mit zu tun manchmal der andere weniger mit zu tun aber klar typischerweise gibt es dann eben auch manipulation und all diese sachen und wenn man aber liebessüchtig ist dann ist es ich meine ich denke mittlerweile sogar so dass von liebes durch sich eigentlich alle anderen süchte ableiten weil wie gesagt wegen bindung und so hat uns diese natur dieses system mitgegeben und da docken eben auch drogen an und so ne aber gut das ist ein anderes thema also am ende des tages ist es wie so ein suchtprozess auch wenn es da jetzt nicht so offizielle liebessucht gibt so ist man so ein suchtprozess und kann nicht drin bleiben in so einer sucht und gleichzeitig daran arbeiten das funktioniert mit drogen in aller regel auch nicht so und da musst du auch damit aufhören und der eigentliche entwicklungsschritt kommt halt dass ich immer wieder wenn du das loslässt und dass dieses loslassen heißt natürlich auch in letzter konsequenz ja diese diese inneren kind anteile die immer noch wollen dass mami sich ändert oder papi sich ändert symbolhaft durch den partner dass sie die endgültig los ist und sagst nee oder auch dass du sagst ich kann nicht weiter auf dieser dopamin spur mein leben führen das bringt mich einfach um so muss ich irgendwie was anderes machen es funktioniert einfach nicht also bringt mich um im sprichwörtlichen sinne ja und ich weil sichere beziehungen die auch unser bindungssystem beruhigen sind einfach von ihrer ganzen natur sind die einfach grundsätzlich anders als toxische beziehungen und jetzt mag es natürlich zeiten geben im leben ja vor allem wenn man jünger ist wo man sagt wo man sich dann noch nicht mit auskennt mit seiner eigenen gehirn chemie purzelt herein ich denke in der pubertät hat bestimmt jeder mal eine unglückliche verliebtheit gehabt und ja das ist also phasenweise ist bestimmt normal und phasenweise vielleicht auch auf so eine schräge art lustig aber ja wenn man lange drin bleibt wenn also diese toxischen beziehungen leiden immer schlimmer zu werden und ja immer katastrophalere ausmaße anzunehmen und der dieser kick den man da hatte ja sowieso nur 0,1 prozent der zeit ausmacht wird halt immer kürzer und da muss man sich schon fragen ist es das wert dieser kick dass du ja 99 prozent deiner zeit eigentlich unglücklich ist das ist was ich junkies halt auch fragen müssen so muss man sich einfach fragen und das ist keine bewertung aber ja und also jede art von hoffnung zeigst du die erfahrungen in solchen beziehungen führt einfach nur dass man länger drin bleibt und natürlich kriegt man immer wieder aufgetischt ja ich erinnere mich jetzt ich mache das nicht mehr was ich schon 500 mal gemacht habe aber ja das ist teil dieses prozesses man sagt ja auch was kann 10 bis 15 runden brauchen muss man da rauskommt immer wieder sagt kriegt nein ich habe mich jetzt geändert ich mache nicht mehr dieses gruselige verhalten xy aber dass mein ganzes material dient halt dazu dass abzukürzen euch daraus zu helfen ja euren liebeschiff um zu programmieren wie ich das immer so nenne und das kannst du nicht machen wenn du süchtig bist zu deinem partner und was damit einhergeht häufig dass der andere halt immer nur sagt er macht was aber es passiert einfach nicht nur das rauskriegen kannst wie du starten kannst das halt alles in meinem modul ein zum programmierungs liebe chips und das ist glaube ich ein ganz wichtiger schritt zu sehen es kann nicht mit diesen menschen funktionieren es gibt versuche natürlich also ich habe persönlich noch nie eine nach diesen definitionen toxische beziehungen sich erholen sehen noch nie und ich bin jetzt nicht irgendwie so ein angelesener coach hier auf youtube ich mache das seit 20 jahren also aber gut ich bin natürlich nicht allwissend obwohl aber klar es gibt versuche die beinhalten aber einen großen aufwand von gibt es so konzepte dass man sich trennt für so und so viele monate um halt diese sucht zu brechen arbeitet an sich ja kommt dann wieder zusammen aber müsst euch das mal überlegen wenn der droge ja ich mache einen alkoholentzug arbeite an mir und gehe dann wieder in die kneipe und trinke wieder alkohol ist jetzt vielleicht hinkt er vielleicht so ein bisschen aber hinkt nicht so ganz viel ist ein bisschen das gleiche selbst wenn der partner sich geändert haben sollte was ja wie wir alle wissen was nicht habt ihr schon mal gesehen dass sich ein mensch irgendwie so in kürzester zeit ändert außer es gibt jetzt einen krassen schicksalsschlag oder so immer ganz ehrlich also die erwartung dass ich so in so einem überschaubaren bereichen mensch ändert nur weil er vielleicht ein paar mal zur therapie geht oder zur beratung geht war so komplexen themen es ist einfach illusorisch ist komplett illusorisch und selbst wenn sich da kleine erinnerungen gegeben haben hast du immer noch die gleichen träger du hast immer noch diese dieses neuronale netzwerk was in so einem sucht modus agiert und immer wieder anspringen kann und deswegen ist meiner ansicht nach besser ja sein beutelschema zu verändern was mühsam ist was vielleicht nicht jeden tag spaß macht um einfach seinen seelenfrieden wieder zu finden also ich krieg ganz selten auch mal nachricht von jemand der sagt fällt gerade so eine mail die ich mal gekriegt habe wo jemand gesagt habe ja wir haben ganz lange daran gearbeitet beide häufig ist es ja auch so dass einer es nur so faken wie sie macht aber da haben es wirklich ja beide gemacht um was aber rausgekommen sie hatten keinerlei anziehung mehr danach weil das das muss man sich immer klar machen dass dieser hype dieses dieses haben wollen das tritt ja nur auf wenn der andere nicht verfügbar ist das ist wirklich super wichtig das tritt nur auf wenn also diese dopamin raus der tritt nur auf wenn du irgendwas nicht haben kannst und christ ist dann plötzlich aber wenn du es plötzlich haben kannst ist diese ganze dynamik weg und wenn du hast du immer noch deine dopamin sucht sage ich jetzt mal die ist die ist ja immer noch da und dann kriegte ich dieser typ nicht mehr der plötzlich verfügbar ist und dann siehst du nämlich es ist nicht nur der andere es bist auch du ne der so ein muster hat oder diese muster hat und spätestens dann musst du dir einfach eingestehen ja ich bin auch drama kickstüchtig in beziehungen und wenn der andere sich plötzlich geheilt ist langweilt mich das also wirst du dich deiner passiven bindungsangst wie man es nennen kann stellen müssen so ich hoffe das jetzt einfach einmal beantwortet und freue mich über eure kommentare likt auch gern und folgt beim kanal und wir sehen uns bald wieder tschau